I shall wake the warrior. Salut Freunde, jetzt wieder Marcel von Gannikus. Willkommen zurück zu den News. Es ist wieder Montag und das bedeutet für euch Newszeit. Übrigens drehen wir aktuell die News immer am Sonntag. Also falls ihr euch fragt, wie verbringt eigentlich der Gannikus so seinen Sonntag? Ich ziehe mir meistens so rein, was bei uns über die Woche erschienen ist. Und dann drehen wir hier die News. Und die News fangen direkt mal an mit dem Thema Doping. Das ist immer so ein Thema, ja das mögt ihr. Das kommt immer sehr, sehr gut an. Jetzt geht es aber mal nicht um Bodybuilding, sondern um praktisch die Olympischen Spiele, die Fußball-WM und solche Wettkämpfe. Denn Russland wurde nun für die nächsten vier Jahre für beispielsweise die Olympischen Sommerspiele, Winterspiele, aber auch die WM in Katar gebannt. Warum? Man hat herausgefunden, dass das Doping in Russland systematisch betrieben worden ist. Und dementsprechend wurden da jetzt sehr, sehr harte Konsequenzen gezogen. Vielleicht hat es der eine oder andere von euch mitbekommen. Es wurden ja schon 43 Medaillen der russischen Nation aberkannt von Olympischen Spielen. Und ja, die nächsten vier Jahre ist Russland jetzt praktisch erstmal nicht dabei. Ich finde es hart, dass sie auch nicht bei der WM mit dabei sein dürfen. Aber auch bei der Fußball-WM wird natürlich nach VADA-Standards getestet, ob ein Athlet dopt oder nicht. Übrigens ist auch so der VADA-Standard praktisch der Standard, auf den man sich, ja, weltweit, ja doch kann man sagen, weltweit geeinigt hat, ob jemand natural ist oder nicht. Das heißt, man kann nehmen, was man möchte, solange es nicht gegen die VADA-Richtlinien verstößt. Also, solange man keine Substanz genommen hat, die auf der VADA-Liste als Doping-Substanz gelistet ist, solange darf man sich alles einverleiben. Klingt jetzt natürlich von mir so, als ob es da Unmengen an Substanzen geben würde. Nee, gibt es nicht. Also die VADA, die ist natürlich da immer dran und guckt, okay, was kann irgendwie ein Sportler einen unfairen Vorteil bringen. Und dann kommt das praktisch auf die Doping-Liste. Und da ist jetzt eigentlich schon so gut wie alles drauf. Also das, was da noch nicht drauf ist, da kommt jetzt ein normaler Hobbyathlet auch nicht wirklich ran. Wir machen direkt weiter mit dem Thema Doping, denn Tobias Hane hat ein Video veröffentlicht, das heißt, Thema Stoff, jetzt rede ich. Und wenn jemand wie Tobias Hane sagt, jetzt rede ich über Stoff, dann ist es so, dass auch ich gespannt vor meinem MacBook sitze und mir denke, okay, jetzt ist Real Talk angesagt, denn Tobias Hane, offensichtlich hat er schon so, vermute ich jetzt mal, ja, ich möchte mal annehmen, ein bisschen Erfahrung, was so die ganzen Naschereien angeht. Ja, das Video an sich war jetzt dann doch am Ende relativ harmlos, für mich persönlich, warum er hat jetzt einfach zehn Minuten gesagt, warum er sich praktisch zu dem Thema nicht äußert. Und der Hauptgrund ist, weil er eben Angst hat, dass praktisch Personen das nachahmen. Ja, kann ich verstehen. Wir hatten darüber diese Woche auch im Podcast gesprochen. Ich habe da so ein bisschen eine andere These. Also, bei einem Tobias Hane ist natürlich offensichtlich, dass es nicht mehr natural machbar ist. Und es ist eigentlich auch offensichtlich, wenn man jetzt so ein bisschen tiefer in der Materie drin ist und auch ein, zwei dicke Jungs kennt, dass das jetzt nicht mehr mit einer milden Testokur machbar ist, so eine Optik, sondern da muss man natürlich schon aus allen Rohren feuern. Und wenn man selbst das Thema anspricht, ja, dann ist das praktisch so eine Einwandvorwegnahme. Bringt auch immer viele Sympathiepunkte. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob der aufklärerische Effekt nicht größer wäre, wenn so eine Person mal sagen würde, was sie alles nimmt. Denn ohne, dass ich jetzt den Stoffplan von Tobias Hane kenne, kann ich sagen, wenn ich mich mit anderen Personen unterhalte, die in einer ähnlichen Liga wie er unterwegs sind und die mal ehrlich reden, dann denkt man sich schon so, huiuiui, das ist jetzt aber nicht gerade wenig, was du dir da reinpfeifst. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass dadurch der abschreckende Effekt eigentlich größer wäre, denn ihr müsst das so sehen, es sind ja nicht nur immer die Sachen, die man nimmt für die dicken Muckis, sondern es kommen dann halt auch die Sachen dazu, die man nimmt, damit man nicht so viele Probleme hat durch die Sachen, die die dicken Muckis bringen. Und das ist dann schon so ein echter Medikamenten-Cocktail, der sich da einverleibt wird. Der zweite, ganz, ganz wichtige Punkt, warum solche Athleten niemals viel zu diesem Thema sagen werden, ist folgender. Ihr dürft nicht denken, dass jetzt die Behörden, die sowas verfolgen, da immer wahnsinnig tief in dem Thema drin sind, sondern das sind Beamte, die jetzt in ihrer Freizeit meistens nichts mit dieser Materie zu tun haben. und denen reichen schon relativ milde Hinweise, dass sie zur Staatsanwaltschaft gehen und sagen, hey, wir ermitteln da gegen Person XY und würden da gerne eine Hausdurchsuchung machen. Und ich kann euch sagen, eine Hausdurchsuchung, das ist wirklich nichts, was ihr haben wollt. Es ist jetzt nicht so wie im Film, dass sie dann kommen und die Türe eintreten, gerade wenn jetzt irgendwie da nicht im Verdacht steht, dass man da wahnsinnige Mengen vertickt. Also die Strafverfolgung, die ist da mittlerweile schon auch so, wenn man weiß, da ist ein Bodybuilder, der konsumiert und finanziert sich eventuell auch so ein bisschen mit so kleinen Dealereien, seinen Eigenkonsum, dann kommen die vorbei. Das ist so safe. Und da braucht es nicht viel, dass sie vorbeikommen. Und wenn man sich jetzt natürlich auf Social Media hinstellt und sagt, das ist mein Stack, das nehme ich jeden Tag, das gibt es zum Frühstück, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahnsinnig hoch, dass die Behörden das auch gucken. Weil Tobias Hahn sagt das immer so schön, ich weiß ja nicht, wer meine Storys guckt und ohne mit ihm jetzt darüber gesprochen zu haben, gehe ich stark davon aus, dass er auch meint, ich weiß nicht, wer meine Storys guckt, nicht nur irgendwie, ich weiß nicht, ob das nur erwachsene, kluge Menschen gucken, sondern ich weiß auch nicht, ob da nicht doch der ein oder andere Beamte die Storys guckt. Und dementsprechend kann ich euch sagen, das wird dann nachteilig ausgelegt, wenn ihr auf Social Media offenbart, was ihr euch da reinpfeift. Ich persönlich, ich bin eher ein Fan von der Aufklärung, ich habe das aber auch diese Woche im Podcast gesagt, ich bin in einer anderen Position, ich habe jetzt nicht irgendwie einen Sponsoring-Vertrag oder einen Arbeitgeber oder ähnliches. Bei mir ist es so, wenn es morgens klingelt, denken halt die Nachbarn, Mensch, wir wussten schon immer, dass das ein Assi ist, mehr aber nicht. Natürlich meine Freunde, die freut sich jetzt auch nicht, etc. Aber der Schaden ist einfach ein anderer, deswegen kann ich damit ein bisschen anders umgehen. Prinzipiell habe ich eigentlich den Eindruck, wir befinden uns aktuell in einer Zeit, wo durch die Aufklärung es eigentlich eher so ist, dass das schon der Szene gut tut. Und man sieht es ja auch, bei vielen Meisterschaften beklagen sich die Veranstalter, Mensch, wir haben nicht mehr so viele dicke, schwere Jungs, Männer 4, 5, da haben wir nicht mehr so viele Athleten. Warum ist das so? Warum wollen immer mehr jüngere Menschen eher zum Beispiel Mansphysik oder Classicphysik machen? Ja klar, weil die auch wissen, um halt Männer 5 richtig am Start zu sein, richtig vorne mit dabei zu sein, mit einem Meter 80 und nicht jetzt irgendwie 2,10 Meter, da muss man halt schon aus allen Rohren feuern. Ja, das so wie ich das sehe, ihr sagt ja, ihr wollt ein bisschen längere News und dementsprechend bin ich da jetzt mal ausgeschweift. So, jetzt kommen wir zu einem Thema, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber ich erzähle es auch gerne nochmal, weil auch ich wurde da schon das eine oder andere Mal von einer Haartransplantationsklinik angesprochen. Kevin Wolter ist aktuell in der Türkei oder war in der Türkei, um sich praktisch die Geheimratsecken entfernen zu lassen und ich glaube, ihr habt das mittlerweile schon bei Simon Teichmann, ich glaube, Johannes Lukas war da noch mehr mit dabei, also es gab jetzt schon so ein paar Protagonisten, die euch da auf die Reise mitgenommen haben, Jill fällt mir gerade ein, Jill war da auch mit dabei und gezeigt haben, wie sie in der Türkei, ich glaube, fast alle haben das mit Elite Haartransplant gemacht, ihre Geheimratsecken entfernt wurden. So, jetzt auch bei Kevin Wolter geschehen und ihr fragt euch jetzt vielleicht, Mensch, ist das ein neuer YouTube-Trend? Bedingt, sage ich jetzt mal. Die Kliniken, die das machen, die wissen natürlich auch, okay, Influencer, die können nicht nur irgendwie zeigen, welche Leggings gut aussieht und welcher Eiweißshake lecker schmeckt oder welche Creme anscheinend gegen Falten wirkt, sondern Influencer haben natürlich auch so einen Impact, dass jetzt Personen sagen, Mensch, ich habe ja auch Geheimratsecken, wo kann ich das machen lassen? Weiß nicht. Ah, stimmt, der Jill oder der Simon, die haben das ja da und da gemacht, Ergebnis ist gut. Also gehe ich auch da hin. Und dementsprechend hat das jetzt Kevin Wolter auch vermute ich jetzt mal in Kooperation mit so einer Klinik gemacht. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Nochmal, weil ich auch immer gefragt werde, ich habe keine Klatze wegen Roids oder weil ich keine Haare mehr habe, sondern ich bin halb Afro-Amerikaner. Also mein Vater ist schwarz und dementsprechend habe ich Afro-Haare und auf die habe ich überhaupt keinen Bock und deswegen mache ich mir immer eine Klatze. Das ist der einzige Grund. Irgendwann poste ich auch mal ein Bild von mir mit einem Afro und dann wisst ihr, warum ich immer jeden Morgen einmal drübergehe. Oder nicht jeden Morgen, aber so jeden zweiten, dritten Tag. Wenn ich mich da recht entsinne, müsste das die FIBO 2019 gewesen sein. Da hat der Bob den Vito interviewt und irgendwie kamen die dann darauf, am Ende des Tages zu beschließen, Ende des Jahres gehen wir beide in den Ring und machen ein K1-Fight. Und ich habe lange Zeit gedacht, nee, das wird nicht passieren, weil, also Bob ist drei Köpfe kleiner, Vito wiegt drei Zentner mehr. Bob hatte meines Wissens nach damals noch gar keine K1-Erfahrung. Warum sollen die das durchziehen? Wenn die das Thema jetzt nicht weiter aufgreifen, dann verschwindet das sowieso in den Archiven von YouTube und kein Hahn kräht mehr danach. Aber die haben beide wirklich ernst gemacht und vor allem Bob, der hat das richtig, richtig ernst genommen, hat sich spezifisch für den Kampf vorbereitet, war ja auch in Thailand etc. Und nun war es soweit, das vergangene Wochenende, sind die beiden dann wirklich tatsächlich gegeneinander angetreten. Der Kampf war jetzt sicherlich nicht der schönste Kampf, aber die haben es beide durchgezogen. Vor allem Bob, ich glaube, er hat sich verletzt, also zumindest sieht das in dem Video so aus, dass aktuell durchs Internet geistert. Und beide haben wirklich bis zum Schluss durchgezogen, bis zum Schluss durchgebissen. Ich weiß, wenn man es anguckt, dann denkt man sich, ach komm, ich glaube, acht Minuten geht da ein Kampf. Warum stehen die da zum Schluss da und können nicht mehr? Macht mal eine Runde Sparring, macht mal drei Stunden Sparring, dann wisst ihr, ihr habt keine Kondition. Bisschen auf dem Step-on-Stair-Master laufen, bringt euch keine Kondition. Dementsprechend kann ich das verstehen, warum die komplett am Ende waren. Ja, war also von meiner Seite riesen, riesen Respekt an beide Seiten, um das Ergebnis mal zu verraten. Es waren unentschieden. Und ich weiß, wenn man unentschieden hört, ist es immer so, ah komm, da hat jetzt keiner mal die Eier, da wirklich eine Entscheidung zu treffen. Nee, ich habe mir den Kampf angeguckt und dachte mir dann auch, boah, ich könnte jetzt auch nicht sagen, wer da gewonnen hat. Weil lustigerweise, oder interessanterweise, so ist besser, ging beide auch mal auf die Bretter. Also der Bob, der hat jetzt da nicht irgendwie voll abgekackt, sondern der hat wirklich alles gegeben und da hatte der Vito schon gut zu kämpfen. Also insgesamt ein wirklich, es ist so ein Spektakel gewesen. Es ist jetzt nicht schön gewesen. Ja, also wäre jetzt irgendwie gerne bei, früher habe ich immer auf Eurosport K1 angeguckt. Also so sah das jetzt nicht aus, aber die haben ernst gemacht. Also die haben wirklich ernst gemacht, das durchgezogen und mich freut das, weil heutzutage hat man so oft den Eindruck irgendwie, es zählt nur noch so das Internet und im echten Leben, da zählt nichts mehr. Aber die beiden, die haben im echten Leben ihr Wort gehalten, sind in den Ring und haben gekämpft. Respekt an beide. So Freunde, jetzt kommen wir zu einer Story, die mehr eine Kuriosität aus dem Internet als eine Newsmeldung ist. Aber ich möchte sie euch nicht vorenthalten, weil ich denke immer so, es gibt so bestimmte Fehler, da ist besser, wenn die andere machen, aber man selbst nicht. Ich werde jetzt natürlich niemals in so eine Situation kommen, weil hier hinter der Kamera praktisch, da ist meine wunderbare Freundin und dementsprechend erzähle ich jetzt diese Geschichte auch. Aber wenn ihr euch diese Geschichte anhört, hoffe ich, ihr könnt etwas lernen. Und zwar hat die gute Jane Slater von ihrem Freund ein Fitbit bekommen. Und ich hatte auch mal ein Fitbit im Einsatz. Und bei Fitbit ist es so, man kann sich praktisch mit anderen so verbinden und dann sehen die die Aktivitäten. Das dient dem, dass man praktisch durch die anderen angestachelt wird, sich mehr zu bewegen, mehr Sport zu machen etc. Man kann auch andere motivieren. Bei der guten Jane Slater hat diese Funktion allerdings dazu geführt, dass sie herausgefunden hat, dass ihr Freund sie betrügt. Und zwar wie folgt. Ihr Freund hatte ihr mal ein Fitbit geschenkt und die beiden haben das auch genutzt. Die haben sich dann darüber auch verbunden, wie ich das gerade erklärt habe. Und sie wollte eines Nachts ihren Freund besuchen und ihn überraschen, weil er am nächsten Morgen Geburtstag hatte. Allerdings war er nicht da. Und es hat sie natürlich gewundert, warum ist ihr Freund einfach nachts nicht da. Dann ist sie wieder abgezogen und hat daraufhin festgestellt, dass bei Fitbit eine erhöhte körperliche Aktivität festzustellen ist. Und diese erhöhte körperliche Aktivität war schlicht und ergreifend der Liebesakt mit einer anderen Dame. Dementsprechend wurde durch Fitbit gezeigt, dass ihr Freund sie betrügt. Was sollte uns das lehren? Sollte man irgendwie den Partner betrügen, ist es klug, sein Fitbit abzulegen. Wobei das vielleicht dann auch nicht so gut ist, weil dann macht sich der Partner Sorgen, weil dann ja nichts mehr aufgezeichnet wird. Deswegen betrügt man gar nicht. Ja, aber ihr werdet schon eure Lehren aus dieser lustigen Geschichte ziehen können. Den Iraner Mohamed Raisi werden wahrscheinlich die wenigsten von euch kennen. Allerdings wird sich das in Zukunft ändern. Der Junge ist 22 Jahre alt und hat bei einem World Raw Powerlifting Federation Wettkampf einen Rekord aufgestellt. Und zwar in der Kniebeuge. Er hat unfassbare 360 Kilogramm gebeugt. Und das sind jetzt natürlich so Zahlen, wo man sagt, ja, das ist schon krass, sehe ich jetzt bei mir bei McFit relativ, aber nur relativ selten. Allerdings muss man dazu sagen, dass der junge Herr gerade einmal 82 Kilogramm wiegt. Er hat also praktisch das 4,4-fache seines eigenen Körpergewichts gebeugt. Das ist schon richtig, richtig, richtig stark. Und vor allem hat er schon mal im Training 380 Kilogramm gebeugt. Und ich weiß, jetzt werden die einen oder anderen sagen, ja, aber der hat ja Wickelbandagen verwendet. Ihr könnt euch gerne auch mal Wickelbandagen um die Knie machen und gucken, was bei euch dabei rauskommt. Oder nein, macht das besser nicht. Ja, also unfassbar. Ja, 360 Kilo gebeugt mit gerade einmal 82 Kilo Körpergewicht. Also vollkommen out of space. Wirklich vollkommen out of space. Respekt. So, Freunde, das war's mit den News für diese Woche. Ihr seht vor Weihnachten, es ist so ein bisschen ruhiger, aber wir ziehen dennoch durch. In diesem Sinne, ich bin raus. Lasst euch nicht verarschen. Salut. Das war's mit dem Moment.